Diese kleine, aber entzückende Malerei aus dem 19. Jahrhundert eroberte das Herz einer Händlerin im Sturm. Ich habe dieses Gemälde gesehen und fand es einfach sofort schön. Irgendwie junge Frau in Verkleidung, im alten Stil, dann dieser tolle opulente Rahmen. Ich war echt aus den Socken gehauen, ich fand es richtig gut. Ihr Bild dürfte gemalt worden sein um 1880, vielleicht auch 85. In der Zeit bis 1890 dürfte es gemalt werden. Hier ist dieses Bild signiert mit Karl Heinrich Hoff. Es braucht dringend eine Überarbeitung, aber das ist nicht sehr tragisch. Das kostet nicht sehr viel Geld. Das ist wunderbar zu machen, dann strahlt das Bild wie neu wieder. Das Bild war schmutzig, es hat einfach nach einer Reinigung geschrien. Es hat darum gebettelt, wieder schön auszusehen. Meine Preisschätzung für Ihr schönes Gemälde ist 1.000 bis 1.500 Euro. Also das freut mich immer wieder. Und ich glaube, wenn das restauriert ist, ist das ein sehr schöner Hingucker. Ich möchte beginnen mit 500 Euro. 600 bei mir. 700 bei mir. 57 bei mir. 800 bei mir. 800 50. 900. 950. Ich sage die 1.000. 12,50. Ja, ich habe dann gemerkt, alle wollen mal wieder, was ich auch will. Und alle haben dann mitgeboten. Und ich dachte mir, na, jetzt hört doch mal auf. Wie verkaufen Sie an die Sarah für 12,50 Euro? Ja, sehr gerne. Da freue ich mich. Als ich den Zuschlag erhalten habe, war ich echt glücklich. Ich habe Angst gehabt, dass es noch höher geht. Und dann wäre es halt irgendwann unwirtschaftlich geworden. Glück gehabt. Nun steht die Restaurierung bevor. Für Sarah kommt nur ein Spezialist in Frage. Meine Wahl fiel jetzt auf Karol Rosin. Er ist recht bekannt und hat auch einen guten Namen gemacht. Bei uns in der Branche, aber auch hier bei uns in der Region. Naja, das macht ja so einen sehr guten Eindruck. Für eine Beschädigung da im Auge. So gut zu machen. Und die Ränder, die brechen halt immer gern weg. Jedes ganze Stück. Naja, es ist alles zu machen. Ist ein bisschen Arbeit. Aber das Creme war gebacken. So, jetzt nehme ich das Bild mal raus. Aus dem Rahmen. So, da haben wir das Bild. Und den Rahmen werde ich mich dann später kümmern. Den stelle ich erst mal an die Seite. Dem Schmutz wird mithilfe von selbstgewickelten Wattestäbchen sowie Balsam-Tapentinöl vorsichtig zu Leibe gerückt. Ja, es kommt nicht viel Schmutz runter. Das hatte ich schon geahnt. Das Bild eigentlich recht gut ist. Der Maler hat auch sehr dunkel gemalt. Bei so einem kleinen Format ist es eigentlich eine angenehme Arbeit. Diese Reinigung. Bei großen Formaten, wenn das so einen Quadratmeter geht, dann macht das richtig Arbeit. Dann sitzt man da wirklich stundenlang, manchmal tagelang. An der Signatur heißt es, höchste Vorsicht walten lassen. So, okay, das wär's. Jetzt muss das Bild erst mal mindestens ein, zwei Stunden trocknen, bevor ich mein Retuschierführendis aufbringen kann. Und in der Zwischenzeit werde ich mich mal mit dem Rahmen beschäftigen und damit mal loslegen. Mit einer handelsüblichen Zwei-Komponenten-Spachtelmasse werden die Fehlstellen im Rahmen ausgebessert. Um die überschüssige Masse abzutragen, kommt ein auf den Rahmen angepasster Schaber zum Einsatz. Jetzt habe ich hier gerade nochmal eine kleine Ecke entdeckt mit dieser Strukturie, mit dieser Ornamentik. Und das mache ich einfach mit einem Plastilin, eine kleine Abformung. Ja, das sieht man hier sehr schön. Und da streiche ich jetzt die Koliester-Masse ein. Die darf dann auch aushärten und wird dann einfach eingeklebt. Sind die Ornamente ausgehärtet, kürzt der Experte diese mit einem Skalpell so lange, bis er die passgenaue Form herausgearbeitet hat. Echte Millimeterarbeit. Mit Holzleim werden die Stücke nun an der richtigen Stelle fixiert. So, jetzt habe ich es soweit modelliert. Jetzt muss ich es nochmal ein bisschen nachschmirgeln, nachkorrigieren, damit die Unregelmäßigkeiten weg sind, dass ich eine perfekte, straffe, glatte Oberfläche habe. Und danach werde ich die ganzen neu modellierten und reparierten Stellen mit einer Patina, mit einer Umbra-Naturfarbe, eine Pigmentfarbe überarbeiten. Und die kann dann trocknen und dann wird das vergoldet und dann ist es fertig. Die Umbra-Naturfarbe bietet aufgrund ihres braun-grünlichen Tons den perfekten Untergrund für die Vergoldung. Gleichzeitig verleiht sie dem Rahmen später die entsprechende Patina. So, das Bild, das ist jetzt fertig, getrocknet, gereinigt und jetzt kann ich mit der Retusche loslegen. Um reversibel arbeiten zu können, kommen Aquarellfarben zum Einsatz. Diese können im Notfall rückstandslos wieder entfernt werden. Mit einem sehr kleinen und zugleich feinen Retuschierpinsel trägt der Restaurator die angemischten Farben Punkt für Punkt auf die Fehlstellen auf. Gut, also die Retusche ist jetzt fertig. Jetzt kann das mal in Ruhe trocknen und dann würde ich einfach mal den Bilderrahmen fertig machen, das Vergolden, die Goldretuschen und dann ist das Ganze abgeschlossen. In diesem Fall verzichtet Carol Rousin auf eine Blattvergoldung. Stattdessen bedient er sich einer mit Goldpartikeln versetzten Farbe. Durch das anschließende Durchreiben wird das überschüssige Material abgetragen. Auch die Grundierung wird auf diese Weise hervorgebracht und verleiht den restaurierten Stellen eine antike Optik. Da haben wir das gute Bild, das ist jetzt fertig, der Furniss sauber. Jetzt baue ich das mal in den Bilderrahmen ein und dann ist die ganze Geschichte abgeschlossen. Hallo! Hallo! Oh, das ist aber schön! Oh, wie schön! Hallo Herr Rose! Sieht ganz anders aus, also noch besser als vorher. Das ist jetzt perfekt gereinigt, der Furniss und retuschiert. Auch der Rahmen, der ist auf den Punkt gebracht worden. Das hat wieder alles seinen absoluten Originalzustand. So ist es in einem Zustand, dass man sagt kann, das ist ein Top-Zustand aus der Zeit mit natürlich auch Zeitspuren, aber alles gut. Schön! Wirklich gut gemacht. Packen Sie es mal ein, ich nehme es gleich mit. Mach ich gern, natürlich! Der Restaurator hat ganze Arbeit geleistet und dem rund 140 Jahre alten Gemälde sowie dem Rahmen wieder zu neuem Glanz verholfen. Ich habe jetzt 1.250 für dieses schöne Bild bezahlt. 3.250, die Restaurierung, kommen wir auf einen glatten Betrag von 1.600 Euro. Und ich würde sagen, unter 3.500 bis 4.000 Euro lasse ich auf gar keinen Fall mit mir reden, dann bleibt es eher bei mir. 3.500 Euro. 4.500 Euro. 4.500 Euro.